und da hat er herzlich willkommen zu einer Westerlinde alter Mann ja also das ist ein neues Format ich versuche mal was ich weiß nicht ob es so gut ankommt oder nicht ich stelle ein paar Leute keine Ahnung strebt mit der irgendwelche Scheiße oder erzähl dir irgendeinen Müll äh mal gucken ob ich mal ein paar Leute finde die mal ein bisschen tollen können natürlich frage ich sie am Ende auch noch ob das für ihn sie in Ordnung ist wenn ich das hochlade und ja ich geh mal Leute suchen musst heute Abend musst du das machen dann sind hier richtig viele Opfer die haben dann bestimmt auch schon was getrunken und so weil da kannst du richtig easy gestern war einer hier drin er hat auch aufgenommen hat aber keiner von denen mitgekriegt außer außer mir und meinem Bruder anscheinend keine Ahnung auf jeden Fall wollte er äh uns erzählen dass er mit seiner Freundin gerade Schluss gemacht hätte und dass er gerade mit ihr telefoniert und sie war voll traurig und bla 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 und er hat sie die ganze Zeit nur verarscht und wir sollten ihm dann die ganze Zeit irgendwelche äh Tipps geben Wörter oder ja ne Wörter ins TS sagen die er dann in das Gespräch mit einbaut eine Ewigkeit später hallo 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 warte hallo ist die Verbindung gerade schlecht ich glaube ich muss mal Marcel da anrufen hallo ich höre nur Dieter Bohlen zurück hey was ist denn hier los Dieter Bohlen ich höre auch irgendwo warte mal was ist denn hier los ey was ist denn hier los ey ich höre mich stoppeln ich höre mich stoppeln ich höre mich stoppeln hallo hallo Marcel da bist hier 1 und 1 was kann ich für sie tun hallo user join your channel bei uns sind alle denken gerecht na bist du gut drauf ich bin richtig gut drauf ja jetzt bist du so ich bin im Moment äh 8 8 8 ja 8 ja relativ guten computer sogar du hast einen relativ guten computer ja damit kann ich gut fort nein wie meinst du mit du bist ja ein richtig verwöhnter Hurensohn wie jetzt Hurensohn das ist jetzt aber gemein oder was heißt er Hurensohn das ist mir gar nicht so geläufig das Wort hallo mein computer ist sehr gut habe ich mal gehört ja was ich zu meinem was was ich mit 8 hatte ich hatte mit 8 kack gameboy alter und du spielst fort mit einem computer am bei so dankbar auf deine älter als sei so dankbar also gameboy hat ich ja da pokémon gespielt alter jede edition die stunde verbringst du auf diesen kack TS hä aber das ist doch der creeper game.net TS ich hab gedacht der wär gut drei aller denn hat mal Handles trust mulchen keine copy blusi bitte ist das für euch in ordnung dass ich das ja auf youtube hochladen ist das in die am king und die am king hat mein bruder so genannt und ich nehme halt an das bitte mal ja warte ich nenne mich kurz so geht das nicht so was jetzt ich glaube so heißt es auch richtig wunderbar ja also gut dann kann ich das hochladen dann bin ich ja 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 was ist hallo was user lebt ja hallo jan die z n gut das war es mal wieder komplett hallo ja jetzt bist du das war es mal wieder komplett hallo hallo oh man ey das war es mal wieder komplett äh ja ich würde sagen damit verabschiede ich mich von dieser folge leute auf dem ts fahrt ich weiß nicht was das für eine folge war ich denke mal die waren alle damit zufrieden dass ich die abon dass ich das benutzen kann äh ja ich würde sagen lasst auf jeden Fall ein Like da und Abo wenn ich das öfter machen soll schreibt es mir gerne in die Kommentare weil es war schon lustig dass ich keine meine Stimme weil diese ist halt immer noch so unterentwickelt kann ich die einfach als Achtiger verkaufen ey obwohl ich 14 bin by the way ach man die Tüme haben schon ein bisschen leid getan aber der eine Typ hat mich einfach Hurensohn genannt ja moin äh ja dann würde ich sagen verabschiede mich davon und hau da rein Tschöö Vielen Dank.